ARD Text im Auftrag von Funk 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 Schieß doch auf den... Wie kann man eigentlich so dumm sein? Ja, oder so. Einfach drauf. Schieß die ganze Zeit auf den Tank. Das weiß man doch aus GTA, Mann. Der muss doch schon mal GTA gespielt haben. Schieß die ganze Zeit auf den Kofferraum. Jetzt renn doch nicht wieder weg. Vielleicht hat er keine Muni mehr. Du kommst da nicht rein. Ja, komm. Einfach so. Sehr gut. Immer vorne drauf. Es lauft doch nicht immer um die Karre rum. Aber jemand qualmt jetzt. Alter, gib ihm. Das ist doch nicht der Pistolenqualm, oder? An deinem Auto? Oh, an der Mutterhaube. Wo rennt ihr jetzt schon wieder hin? Ah, stimmt. An der Mutterhaube ist Qualm. Sie fährt mit Schlagstock. Ja, dann hau die Karre kaputt. Mega. Alter. Weißt du, das geht? Keine Ahnung. Sonst soll er eine andere Karre holen, da reinbrettern. Boah, wie hingewittern ist. Witzig. Wie gerade aussieht. Ich glaube, der Rauchwild stärker kann das sein. Weiß ich nicht. Mal kurz die Kamera-Perspektive ändern. Wie er auf dem Auto rumkloppt. Ich habe noch ein bisschen von der Seite. Oh mein Gott. Komm, hau drauf. Jetzt ist er traurig. Komm mal, schau. Weißt du, wahrscheinlich explodiert hat gar nicht. Wer hat der da drauf steht. Boah, warum hat der keine Schrotze dabei? Ich schreibe dem gerade ein Auto. Ein Auto. Schreibst du ihm gerade eine Nachricht oder was? Ja. Ist das bescheuert. Moment. Auto. Ja, liebe Zuschauer. Ist das nicht eine spannende Folge? Was schreibst du denn? Ich glaube, der hat zumindest ein anderes Auto zum Rahmen holen sollen. So, sendet. Aber wie lange der da jetzt... Boah, ich glaube... Ja, nee. Ich dachte gerade, er hätte es gelesen. Aber wie viel Geduld der auch mitbringt. Scheiße. Ich meine, es ist nämlich gleich vorbei, muss ich sagen. Ich glaube, der liest die Nachrichten nicht. Ich glaube, der auch. Doch, jetzt. Jetzt hat er gelesen. So hatte der noch eine Pistole. Der hatte die ganze Zeit noch eine Pistole. What the fuck. Ja, Moment. Das schreib ich ihm nochmal. Der hat sogar eine Schrotze. Der hat gerade eine Schrotze ausgepackt. Der gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich hoffe, der hat einfach mit der Schrotze... Der hat ja mit der Schrotze einfach auf die Motorhaube draufhalten sollen. Ungefähr zehn Schuss. Das schlägt ganz normal. Aber dann ein Auto zum Arsch, wa? Nee, bei mir nicht. Doch, Alter. Das wird auf dem Radar nicht mehr angezeigt. Ja, das stimmt. Komm, jetzt macht das Ding kaputt, ey, du Lutscher. Wie inkompetent kann man eigentlich sein? Ich habe noch nie einen gesehen, der so schlecht ist in einem Onlinespiel. Ja, jetzt hat er vielleicht gelesen. Ich habe ihm geschrieben, dass er nur auf die Motorhaube schießen braucht. Die ganze Zeit. Er ist auf jeden Fall kaputt. Ja. Ja. Oh mein Gott. Der hat ja nicht selber auf die Idee kommt. Was der jetzt... Warte. Ja, das brennt. Ich glaube, schon explodiert. Ja, schieß doch nochmal drauf. Weil es tut nicht so, als wäre der Muni so teuer wäre. Boah, jetzt schieß doch nochmal, bitte. Wobei, der krank war ganz schön. Vielleicht jetzt sofort. Boah, wieso schießt du denn nicht einfach weiter auf die... Ja, jetzt tritt die doch. Ey, die hat aufgehört. Die ist nicht beim Radar. Ja, stimmt. Das ist doch einer. Ja, die Frage ist natürlich, wie die Quest jetzt weitergeht, ne? Warte mal, was jetzt stirbt. Wenn er jetzt noch stirbt, dann kriege ich aber echt einen Heulkrab. Wieso nimmt er nicht das Fahrrad? Er nimmt das Fahrrad, genau. Gib mir, los geht's. Da. Ja. Oh mein Gott. 15 Jobfalls gab es dafür. Alter. Null. Das Warten hat sich gelohnt. Okay, das Warten hat sich tatsächlich gelohnt. Das gab 9000. Das ist ein... Nice. Alter, Vater. Gefällt mir. Gefällt mir auch. War das super, bis zu. Bis zum burada. Du bist der Bar. 않을. Was immer noch ein ficar.